Kann ich mich da hinsetzen? Ja. Danke. Hi, ich bin Jamie. Hi. Ich war so da hinten und hab dich gesehen und dachte echt so, du bist echt hübsch. Wollte dich mal fragen, kann ich deine Nummer haben? Danke, aber ich hab einen Freund. Schade. Also wir können dich mal so zusammen abhängen oder so? Nee, ich glaube nicht. Ja. Das ist echt schönes Wetter, ne? Ja. Bist du Jamie wie Ray? Ja. Ich hab dir gesagt, ich hab dir gesagt, dass der, Digga. Können wir bitte ein Bild machen? Na klar. Bitte, bitte. Machst du dein? Ja, ich mach. Dein Handy ist ja eh leer. Kannst du das auf Instagram liken? Ja, keine Ahnung. Noch eins? Nein, nein, nein. Danke, Digga. Was machst du hier? Ich kann auch. Ich genieße immer das Wetter, tue ein bisschen. Ja, wir wollen dich auch gar nicht stören, Digga. Hau rein, Digga. Hau rein, Digga. Hau rein, Jungs. Du bist berühmt oder was? Berühmt? Ich bin ziemlich bekannt, ja. Ja, wenn du willst, können wir vielleicht doch mal was machen. Sicher? Ja, auf jeden Fall. Was denn so? Kino gehen. Du kannst mir erst mal deine Nummer geben. Hat dein Freund da nichts gegen oder was? Ah, bestimmt nicht. Ne? Ähm. Ne. Ich glaube, ich hau da mal ab, ne? Ich Dommels. Warum denn jetzt? Ja, jetzt nur weil ich bekannt bin, willst du auf einmal meine Nummer oder was? Ja, warum nicht? Ich befickst nicht ganz richtig. Dankeschön... fürs Zitze heat! base Load Kino Vielen Dank.